I shall wake the warrior Willst du auf Sendung? Wie lange willst du das denn immer aufsehen? Willst du auf Sendung? Yes Baby, willkommen beim Oddcast. Wir haben die Legende direkt aus Röhlheim. Der erste deutschsprachige Rapper, den ich gefeiert hab. Ihr kennt die Liebe schon vom TV-Straßenhaut-Interview. Die Legende, mein Freund Moses P., Baby. Ich muss dir die Hand geben. Oh, da. Oh. Dankeschön. Meine Aura geht auf 100%. Unhöflich wäre es, wenn ich es nicht mache. Deswegen gebe ich die Ghetto-Faust. Yes Baby. Ich meine, dass das ein Sample werden musste, war klar. Wer hat es erfunden? Wir mal wieder. Aber Moses P., auf jeden Fall herzlich willkommen hier. Ich dachte, Manuel hat es erfunden. Nein, Manuel hat es nur gesagt. Aha. Das Sampling haben wir erfunden dadurch. Ah, okay. Wir haben das hier auf das Keyboard gelegt und machen hier auf Ghetto-Stefan-Rap. Das ist ein Name, der dir bekannt vorkommen wird, wahrscheinlich. Vor dem haben wir uns inspirieren lassen hier gerade über den ganzen Dingern hier. Yeah Baby. Ich bin Haus und eine Million. Wie der Ghetto-Dieter Bohlen, Baby. Yes. Ja. Die haben wir in Ghetto-Dieter Bohlen. Mein Homie Moses P. Wie lange ist es her seit dem TV-Straßenzone-Interview? Zwei Jahre, glaube ich. Danach wurde alles nur schlechter. Weißt, ab dem Level, wa? Ja, peak. Ja. Wie bei 93er-Koks. 93%. Danach gibt es nicht mehr höher. Ja, ist Wahnsinn. Ist es so, ja? Ja, ja. Ganz rein geht ja nicht, sonst kann man es nicht ziehen. Irgendwann ist Ende und das war einfach Wahnsinn. Und ich habe ja auch schon so gesagt, ich bin echt mit deiner Musik aufgewachsen. Erste Zeit in Friedenau habe ich dich noch nicht gehört. Aber mit 12, 13 kam ich nach Langwitz. Da habe ich auch meinen Freund Stefan Mees kennengelernt. Russ, die Legende. Wir haben das schon oft angesprochen im Podcast. Und das war mal schwer für uns. Wie gesagt, sage ich sehr oft immer dann. Wir kannten halt cool die Rap, Run-DMC, IC und so. Es war schwer. Manche Sachen so, das in den Mainstream war anzunehmen. Das konnten wir nicht hören. Wir kannten die Feinkost. Aber dann kam RHP, Baby. Ich komme direkt aus Rödelheim. Steck deinen Dödel ein. Yes, Baby. In den Arsch, du mein Junge. Oh, oh. Du musst dich anpissen. Du bist gleich wie ein Kissen. Du bist gleich wie ein Kissen. Ich komme hart getissen. Stahl. Du weißt, die Sprache ist mir egal. Ja, ich bin euphoriert, Baby. Du musst spielen. Mein Podcast, Baby. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Baby. Willkommen, Upstrom City. Fitna Island. Promo hier? Wegen Promo? Ja. MC Boogie is on fire. Ich freue mich, Bruder. On fire. Ist auch sehr ungewöhnlich. Wir machen ja heute mal den Podcast ein bisschen später. So immer tagesabhängig. Und ja. Und heute haben wir einen Late-Night- oder einen Late-Abend-Podcast. Und die Aura ist super. Und es rockt, Baby. Das erste Mal, dass wir das nicht tagsüber machen wollen. Also Ehre-Gasthalber haben wir heute Moses P. am Tisch. Passt doch auch. Aber warum macht ihr das immer mittags normal? Naja, weil das halt eigentlich eine Bar ist, die halt Betrieb hat auch. Und ab einem gewissen Punkt wollen die natürlich auch ihre Brötchen verdienen hier drinnen. Mhm. Und dann müssen wir das Feld räumen. Aber jetzt zurzeit gibt es... Montag ist Ruhrtag. Nee, zurzeit gibt es so eine Phase bei denen, wo die so ein bisschen umstrukturieren und es ist einfach nicht auf. Ach gar nicht? Nee. Und dann können wir das benutzen jetzt gerade. Deswegen hat das gut gepasst dann, wo der Vorschlag kam mit der Uhrzeit, da haben wir gesagt, ja machen wir. Geil. Genau. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wo kommst du denn her gerade? Ähm, von Diffus. Diffus? Diffus-Magazin. Diffus-Magazin. Das sagt mir gar nichts. Kennst du das? Nein. Diffus-Magazin? Heißt doch der Fuß, oder? Ja, ja. Die Kanacken können kein Deutsch. Unfassbar. Ja. Nee, was ist das? Diffus-Magazin? Ja, so ein Musik-Dings halt. Ach, ist das ein Musikzeitschrift? Ja, nee, das ist eine Sendung, Mendung. Ach so, okay. Ah, okay, okay. Verstehe. Ich, pass auf, das, diese Kette blendet so krass, ne? Das ist einfach Sterling, oder was? Ja, das ist schön sehbar von unserem Freund von Type an. Die habe ich letzte Woche bekommen. Sehr schön. Ich habe immer sonst ganz massive Ketten. Insgesamt zweieinhalb Kilo hängen dann an meinen Nacken. Und das ist dann doch zu schwer. Und dann habe ich mal ganz leicht gemacht. Ja, weil ich mich heute nur auf Moses P. konzentrieren muss. Und ich scheine auch ohne Bling-Bling, Baby. Aber mit Bling-Bling noch besser. Ja, aber viel Bling-Bling, ne? Ja. Wie gesagt, wir tragen den Schmuck nur, dass jeder sieht, dass ihn uns keiner wegnimmt. Ja. Snatch. Snatch, ja. Für MC Boogie war Moses P. eine große Inspiration. Hat er jetzt nicht nur einmal, glaube ich, gesagt, sondern auch schon wirklich oft und vermehrt. Ich wiederhole mich gerne. Das weiß man mittlerweile. Und ja, also von unserer Seite aus ist es natürlich halt immer eine besondere Ehre, sage ich mal, wenn jemand hier am Tisch sitzt, der auch viel gesehen und gemacht hat, was man auch respektieren kann. Es gibt viele Leute da draußen, finde ich, im Musikgeschäft, die haben viel gemacht, was man nicht respektieren kann. Muss ich dazu sagen. Also nur viel gemacht zu haben, ist jetzt nicht das Kriterium für Respekt, finde ich. Sondern man muss auch Sachen gemacht haben, die halt respektabel sind. Und deswegen, Applaus, Moses P. Das kann man einfach nicht abstreiten. Da sind einfach so viele Sachen passiert. Insgesamt nicht nur im Hip-Hop, sondern auch mit meiner Meinung nach der größten Stimme, die Deutschland jemals hatte. Xavier Naidoo. Also das ist halt das erste Mal, als ich Xavier damals gehört habe. Das war halt damals, wie hieß das Label von euch? Hieß das 3P? Mhm. Schon damals. Genau. Das erste war Führ mich ans Licht von Xavier Naidoo, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich kann mich noch erinnern, da war Sabrina Setlow damals auf dem Dome oder sowas auf der Bühne und hat irgendwie so ganz traurig in die Kamera geguckt und meinte, jetzt kommt jemand, der den Part übernehmen wird oder so, ich paraphrase jetzt gerade, den ich nicht so gut kann, und zwar das Singen. Und dann kam so ein junger Herr auf die Bühne. Und es war eigentlich Sabrina Setlow's Auftritt. Und dann stand da auf einmal Xavier Naidoo. Und dann hat er da den Song gesungen. Totaler Marketing-Move, oder? Ganz krank. Ich würde gerne mal wissen, wer sich das ausgedacht hat, diesen Marketing-Move. Ja. Kannst mir kaum denken gerade. Ich wollte einfach mal loswerden. Nee, warte mal, die Story ist noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall gab es einen Song, der hieß Freisein. Und der ist rausgekommen und Sabrina Setlow, Freisein stand da. Aber Sabrina Setlow hat kaum was gemacht. Also keine Vocals. Und da war dieser junge Herr Xavier Naidoo und der hat das Ding gesungen und wir dachten alle, ach du Scheiße. Also dieser Bruder, der klingt ja wirklich so, dass man den mit den Amerikanern vergleichen kann, bringt das jetzt deutschsprachig rüber und es hat instantmäßig so eine Revolution stattgefunden auf jeden Fall auf dem Markt. Und als dann die erste Single gekommen ist, Fühl mich ans Licht, da dachten wir dann so, ach du Scheiße, das ist ja nochmal, ich weiß nicht, ob es die erste Single war. Das war die erste Single, die ich mitbekommen habe damals, Xavier Naidoo Solo. Wo ich dann dachte so, krank, das ist krank, also das ist wirklich ganz krass so, weißt du so. Und da hat sich auf jeden Fall eine ganz neue Welt aufgetan, die seitdem ehrlich gesagt ohne Schleimerei für mich nicht erreicht wurde bis heute. Ganz ehrlich. Und dafür Applaus. Megaprops von B, macht das selten, macht das selten. Und ich muss einfach mal sagen, deine Musik ist zeitlos, dann oft Sachen, die ich in den 80ern oder deinen 90ern Anfang Mitte gehört habe. Wenn ich dann später gehört habe, oft bei Englisch, weil ich die Sprache kannte, konnte ich es nicht mehr so annehmen, war dann nicht mehr so toll. Manche Gruppen wie Ghetto Boys wurden dann noch beliebter, weil ich die Lüge es dann noch krasser fand. Aber du warst wirklich der Erste, der mich so erreicht hat, dass ich das Tape im Walkman hatte. Ich habe auf dem Weg gerade, fahre immer gerne immer mit BVG Walkman rein, ab Oslo am Mundschutz rein, wisst ihr ja Bescheid. Und habe ich bei Spotify bewusst die ERP-Sachen gehört, keine ist oder so. Es ist so mega zeitlos, einfach so deep und warst der Zeit voraus, Baby. Vielen Dank, aber ich sage ehrlich. Wir lieben dich, Bruder. Vielen, vielen Dank. Respekt, Baby, Respekt. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Euler-Matram-Projekt-Sachen, ich kann die nicht mehr hören. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie besonders... Es gibt Sachen, die altern wirklich total gut. Ich habe es letztes Jahr in einem Interview gesagt, ich dachte wunders, wie weit wir entfernt sind von Phantastischen Vier und so. Wenn ich jetzt gerade, wie du eben Reime zitiert hast, dachte ich, okay, pass auf, das könnte auch von denen sein. Ja, aber es war was Eigenes, es war... Ich finde, wir haben einfach nochmal ein paar Schritte gemacht, die... Aber irgendwo musst du ja anfangen, so ist es im Leben. Naja, meine ich doch, aber auch, man, du warst ein Pionier, da kann man... Beim Pionieren, da geht es auch darum, so auch das neue Level und so halt, klar wird es dann irgendwann... Machst du es irgendwann besser und andere auch besser, aber es ist mega zeitlos, also ich konnte es durchhören auch. Aber ja... Ja, aber gerade direkt aus Röderland kann ich nicht ertragen. Dann tust du mir leid, Bruder. Ja, nein, Quatsch, ich kenne das, aber du hast die auch immer weiterentwickelt, du ging ja immer so bergauf auch... Ja, Wahnsinn, Mann. Aber das haben viele Künstler, dass sie ihre Anfangswerke einfach mit einem, sag ich mal so, mit einem Ohr, was sehr viel Abstand jetzt mitbekommen hat, betrachten und dann anfangen sehr analytisch zu werden. Und also bei meinem ersten Album, das geht mir genauso, es ist jetzt auch 2005 rausgekommen und wenn ich mir das heutzutage anhöre, denke ich mir, okay, rapptechnisch gesehen, so weißt du, da ist auf jeden Fall kein Vergleich mit späteren Sachen. Ihr wart ja nicht wie ich, 99 wie lyrischer Hooligan. 20 von deinen Schlägen anstürmen mein Haus, nach 50 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus. Ja, also ich feier lyrischer Hooligan. Putz die Bong, Baby, putz die Bong. Ja, aber das Ding ist halt so, dass man, also je mehr man darüber nachdenkt, komme ich eher zu dem Entschluss, dass man sagt, aber das Feeling und die Energy von damals ist halt dann auch schon für sich dann wieder nicht reproduzierbar. Da höre ich dann voll viele Sachen zum Beispiel von Leuten, die ich auch gefeiert habe, wo ich sage, die Anfangswerke, die klingen raw und rough und vielleicht sitzt nicht jeder Reim genau da, wo er hingehört, aber man hat da eine ganz krasse, so, man fühlt da so eine gewisse Energie und so eine Substanz. Und jetzt, um nochmal die Überleitung auch zu einem Menschen zu bringen, den ich mit dir in Verbindung bringe, Azad zum Beispiel, sein Album Napalm, nicht sein Album Napalm, sondern Leben, wo die Single Napalm ja drauf war, ist ja über sein Label damals erschienen. Und das ist so ein Paradebeispiel von einem Album, finde ich, wo technisch ganz viele Sachen schiefgelaufen sind, alleine was jetzt zum Beispiel seinen Rap angeht, weil es teilweise sehr vernuschelt war und undeutlich und so weiter. Aber technisch, handwerklich ist es einfach unfassbar krass. Handwerklich super, ich sage auf einem rap-technischen Level, denke ich mal, wird Azad selbst auch sagen, dass er so die undeutlichen Passagen und so weiter, Ja, die Verständlichkeit ist so ein Problem, dadurch dass er sehr viel macht, Kettenreime und so, das verstehe ich. Und diese Energy aber, die da drin war, die ist halt kaum reproduzierbar so. Also das habe ich dann auch von Azad selbst dann auch Jahre später dann nicht mehr so richtig bekommen. Was ich damals so gefühlt habe, war einfach so, so ein Mensch kam mir so vor, ich weiß nicht, das ist halt interpretierbar, der sich da reingesetzt hat, eine Vision gehabt hat und einfach durchgezogen hat nach Feelings. Ganz krass. So Feelings, weißt du so? Wahnsinnig interessant. Ich habe nämlich alle Azad-Alben, höre ich durch, einer wegen Deutschrap, wo ich die Alben durchhöre, außer mein Umfeld halt. Und ja, ich habe alle Alben, außer das erste habe ich auch, aber das steht im Regal verstaubt, das höre ich auch nicht. Ich weiß, das ist noch sehr experimentell, sehr schnell, aber dann... Experimentell war das gar nicht, also nicht vorm Soundbild, aber das... Nicht so klar wie die anderen Alben danach. Das hat alles damit angefangen, finde ich. Also so muss ich dazu sagen. Sagst du immer da mit den Masken und den Pitbulls am Block und so weiter? Also videotechnisch und so weiter, so Repräsentation der Kanacken, so wie wir damals gelebt haben. Ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. Als wir das gesehen haben, konnten wir uns das erste Mal damit identifizieren, also mit dem Bild, was er da erschaffen hat. Weil, also vom Raufgucken her, hat es sehr an Berlin-Straße erinnert damals so. Und jetzt im Nachhinein dann, nachdem man sich so mit der Historie beschäftigt hat und so, hat man gemerkt, dass Frankfurt maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Streetrap geprägt wurde. Das hat mit konkret Finn und Rödelheim und so weiter damals angefangen. Und Azad kam da wirklich erst 2001, Jahre später. Aber trotzdem war das das Video so, was dann die Kanacken dann abgeholt hat. Weißt du so? Deswegen haben wir auch immer gesagt, also das ist die Ecke auf jeden Fall, die wir als die Piaudiere empfinden. Wir haben auch immer riesen Respekt. Vielen Dank, dass es in dieser Stadt jemand so sagt. Ich sag das immer, riesen Respekt vor Frankfurt, vor den ganzen Jungs, mega stark. Für mich ist irre, ne? Ich kenn mich in Berlin ja nicht aus, ne? Aber als wir hier diese Straße entlang liefen, um den Spot hier zu suchen, weil uns der Fahrer ganz woanders rausgelassen hat, wurde mir klar, dass wir auf einer Parallelstrafe zur Frankfurter Allee sind, ne? Genau. Da wohnt meine Freundin Katja, die Napan gedreht hat. Ach, wirklich? Ja, ja. Gratulation, Katja. Du hast das Ding geschmissen. Wenn du dich nicht so gut auskennst in Berlin, lang wird es die Hauptstadt von Berlin. Feier. Erstmal Props an den trockenen Alkoholiker, dass er nicht mittrinkt, wa? Wer ist? Du trinkst nicht mehr? Ja, ich darf nicht trinken. Ich hab letztes Mal getrunken, ich krieg dann Filmrisse, es geht nicht mehr. Ich hab ja ganz früh Erfahrung mit Alkohol gemacht, immer exzessiv, mega viel Scheiße passiert und irgendeiner, bah, immer dann passiert Scheiße, wach auf, weiß nicht, was passiert ist. Es hatte tausend Schutzengel, aber irgendwann wollen die auch mal Urlaub machen. Verstehe ich. Deswegen. Verstehe ich. Aber ich rauch wie verrückt und seit meine Führungsaufsicht vorbei ist, rauch ich den ganzen Tag legal, Baby. Keiner kann was machen. Ich glaub, nee, da war die Führungsaufsicht auch schon vorbei. Wir haben gebufft, ich hab gebufft im Interview mit dir. Ja, aber, ne, diese Platte hier, das ist nicht das originale Plastik-Cover. Ey, Bro, bei mir waren durch die Schosen, das kann gut sein, das kann gut sein, ganz viele CDs sind kaputt gegangen manchmal, hab ich immer wieder ausgetauscht. Die wurden auch bestimmt für manche Sachen missbraucht, für die sie nicht vorgesehen waren, diese Höhlen, ne? Man will nicht näher drauf eingehen. Hier war nämlich eigentlich so eine Prägung drauf. Ich will einfach mal für den 40-jährigen kleinen Humboldt, sag mal, möchte ich mal ein Auto graben, wo es ist, P-W-W. Ja. Das ist ja kein Witz, bei B-Lausgleich immer draufschreiben, für Ebay. Für Ebay. Yes, baby. Was mich mal interessieren würde, du hast jetzt gerade dich bedankt dafür, dass jemand aus dem Berliner Raum das ausspricht. Wie ist die Perspektive umgekehrt eigentlich? Wie hat damals ein Frankfurter, bist du eigentlich direkt aus Frankfurt immer gewesen? Ja? Wie hat ein Frankfurter Urgestein das wahrgenommen, dass Berlin so diese 10, 15 Jahre Dominanz übernommen hatte, ab der Berlin-Ära und so weiter? Gab es da Distanz, gab es Hate, gab es Freude? Ich meine, wie war da die Stimmung so bei euch? Ich kann nicht für die anderen sprechen. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich das damals wahrnahm. Ich kann mich nur erinnern, dass, ich glaube, zu meinem letzten Album, ich in Frankfurt stehe und so eine junge Frau mich interviewt. Und irgendwie fragt, ja, kann Frankfurt an Berlin anknüpfen? Und ich echt, weißt du, ich denke eigentlich überhaupt nicht so in so Städten-Zeug. Aber ich weiß, dass mich das geärgert hat. Ich weiß einfach noch genau, wie ich dachte, hier, pass auf. Boah, das hier steht und mir diese Rotze anhört. Das ärgert mich als Berliner selbst, ja? Also, blöde Frage, ja. Also, gar nicht, weil ich schon eine Superwurst bin, ne? Aber, kannst du dir vorstellen, wie das in meinen Ohren klingt, Bruder? Ewige Frage, wie die Frage ist da schon drin, ne? Und wirklich, das ist alles andere als irgendwie so ein Städte-Hate oder Konkurrenz-Schwachsinn. Überhaupt nicht. Das hatte ich einfach nur scheiße angefühlt. Naja, kommt das nicht so ein bisschen auch aus der Perspektive, dass man nicht in Städte-Terms denkt, so? Also, ich meine, wenn du, da kann ich ja verstehen, dass man da vorm Kopf gestoßen ist, wenn man sowieso nicht diese Systematik im Kopf hat, ja? Aber es gab ja viele Leute, die haben das wirklich gedacht. Ja, aber pass auf, ich war halt dabei, als wir das gemacht haben. Und ich hab ja auch, bin ja, ich hab das gestern in einem Interview erzählt, und ich bin ja früher regelmäßig nach Berlin gefahren, ne? Als das hier noch West-Berlin war. Und da gab's natürlich Leute, die Zeug gemacht haben und so. Aber das war jetzt nicht auf unserem Level, sag ich ganz ehrlich. Straight up. Einfach. Ähm. Da ist es einfach komisch, das so zu hören von jemandem. Das hat mir einfach nicht gefallen. Ne, und ich, pass auf, mir ist eigentlich egal, ähm, wo jemand herkommt, ne? Wenn, weißt du, für jemanden, der aufgewachsen ist, mit Platten aus einem ganz anderen Land, ne, ich hab halt Armee-Platten gepumpt, ne, die ganze Zeit. Ähm, ich wusste gar nicht, aus was für den Städten, die kommen, man, weißt du, ich... Wie ich, wir haben auch für alle Küste... Ich bin so über Rakim-Fan, ne? Ich hab bis vor, irgendwie, letztes Jahr, hab ich gedacht, Rakim käme aus Brooklyn. Ne? Der kommt aus Long Island. Ne? 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 Aber, ey, ganz ehrlich, was hab ich mit Brooklyn, Mucklin, Bronx, Monks zu tun, ne? Für mich war das einfach immer halt da über den Teich. Ähm, also, deshalb kann ich dieses Städte-Ding sowieso nicht so haben, ne? Ich bin einfach anders sozialisiert, musikalisch. Ähm... Ich find den Satz schön, Trudy, ich unterbreche, ähm, ich find den Satz so schön, das ist nicht wichtig, wenn man kommt und was man macht... Das ist einfach auch Rakim, ne? Ja. I think where you're from is where you're at. Genau, genau. Toll. Und ich war da eh mal nie so auch so einer Küste festgefahren, hab aus allen das Beste, mach ich eh bei ganz vielen Sachen immer aus allen das Beste zieh, Toll, toll, toll. Multikriminell. Und ne, auch heute hast du ja... Ne, ich hab auf meiner Platte ein Stück, das hat ein anderer Bruder produziert. Pass auf, der kommt aus einem Ort, den Namen kann ich mir nicht mal merken, ne? Irgendwo im Osten. Ähm, also, das ist ja... Diese Grenzen sind ja eigentlich pretty much verwischt, ne? Aber weißt du, was soll ich sagen? Ich bin in Frankfurt geboren, aufgewachsen, da sind... Da ist meine ganze... Mein ganzes Leben hat sich da abgespielt. Da gibt's natürlich eine gewisse, ähm, Loyalität meiner Hood gegenüber. Rap your hood. Rap your hood. Ich zitiere mal den Homie Sasa aus. Bela ist seiner Hood, das sag ich immer. Keiner ist deep am Hood, beliebt am Hood. Yes, baby. Alles für's Viertel. Finde ich auf jeden Fall immer gut auch. Warum auch nicht? Also, so, weißt du, da wo man herkommt, klar, wir repräsentieren alle, was wir als Herkunft empfinden. Da wo auch Herkunft auch ein dehnbarer Begriff ist, sag ich mal. Also, du bist ja halb Amerikaner, halb Deutscher. Sind die Einflüsse direkt aus dem elterlichen Haus gekommen? Ja, klar. Also, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater konnte sehr wenig Deutsch. Danke, Bruder. Ich glaube, mir fiel das Musizieren, das damals ja immer in englischer Sprache war. Allein deshalb halt von vornherein viel einfacher, weil ich halt Englisch sprach. Ich das erste Mal irgendwie von Rap hörte. Das war irgendwie im Urlaub, als wir bei meiner Tante in New York waren. Stehe ich halt auf der Straße mit meinen Cousins, kommt so ein armes Kind und meint, was kannst du für Rhymes? Was will der von mir? Dann sagt mein Cousin, guck mal, wir lernen, wir nehmen so aus dem Radio Raps auf, lernen die ausfindig und sagen die einander gegenseitig vor. Sag ich, cool, was sind denn Raps? So fremd das war, so wenig ich wusste, was der von mir will, so nah war mir die Idee dessen, was der machte, weil was der machte, das hab ich mit den Kistplatten, die ich vorgehört hab, halt auch gemacht. Ich konnte die alle auswendig. Und von daher war das dann für mich auch sehr einfach, das mit den Rapplatten, die ich dann aus New York wieder mitbrachte, nach Frankfurt, eben genauso zu tun. Also das war mir näher und fiel mir auch einfacher für mich in mein Leben zu holen. Das ist klar. Also davon hab ich auf jeden Fall unfassbar profitiert. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass der Umstand, dass wir gerade in Frankfurt halt amerikanisches Militär hatten, hat natürlich ganz viel auch so viel einfacher gemacht für uns. Erstens, als ich dann Rap entdeckt hatte und nach Platten geguckt hab, gab's halt wirklich schon einen Laden in Frankfurt, der City Music, der halt Importplatten hatte. Krass, die gab's ja auch. Der hatte die aber halt nur, weil's GIs gab, die die nachfragten. Also wegen uns paar Spinnern hätt's sich nicht gelohnt, die alle auch noch keine Kohle hatten, irgendwie so eine Ecke in dem Laden zu betreiben. Darüber hinaus muss ich halt sagen, weißt du, ohne Mixmaster Eddie Action, später bekannt als Rico Sparks, der uns einfach Hip-Hop vorlebte auch. Ist Nico Suave? Schreist man Suave? Nein, Sparks. Das ist deutscher Rap. Achso, auch so alt wie du. Ja, voll, voll. Okay, da ist man wechseln. Ganz anderer Bruder. Ohne solche Leute, die natürlich auch aus Amerika auch über diese Militärnummer hierher gekommen und so, Turbo B. So, Leute, wären wir natürlich nicht so in dieses Ding reingeholt worden. Die sahen ja aus, als wären die aus so einem Hip-Hop-Film gesprungen und haben uns auch einfach alles gezeigt. Ganz ehrlich, ne? Also, die konnten alles besser als wir. Ganz, pass auf, ganz einfach. Muss man straight up sagen. Aber die, also, gerade der Eddie, ne, der war halt ein bisschen wie so ein Sozialarbeiter, ne? Der hat uns das auch, ne, der hat ja nichts dafür bekommen oder so. Ist einfach aus der Güte seines Herzens uns gegeben, nee, Bruder, das ist scheiße so, mach's doch mal so. Ah, krass. Und davon haben, ne, also, ne, also, wahrscheinlich bin ich einer, der am meisten davon profitierte. Aber ich weiß von ganz vielen anderen Menschen in Frankfurt, die eben auch davon profitierten, dass der denen was vorlebte und bei Sachen, wo sie nicht wussten, gesagt hat, naja, gut, guck mal, eigentlich, besser ist so. Guck mal. Ähm, also, das war jetzt ein langer Exkurs zu der Frage, was das, was ich da mach mit Amerika und blau, blau, zu tun hat. Habe ich deine Frage jetzt nicht beantwortet? Applaus erst mal an den Arzen. Ja, definitiv. Nee, es ist angekommen, was ich sagen wollte. Das ist auf jeden Fall angekommen. Bringt jetzt noch weitere Fragen jetzt einfach auf den Tisch. Das ist ja ein gutes Problem zu haben, so, ne, wenn man gerade schon sowieso darüber redet. Du hast ja gerade auch Turbo B angesprochen. Da ist ja, ähm, ist jetzt den Jugendlichen heutzutage kein Begriff, aber Snap war halt international eine riesengroße Nummer, Und das wurde bei euch produziert, ne? Ja, also, sehr später, ne, also, We Were The Crown war so eine Formation in Frankfurt. Eddies, Mixmaster Eddie Actions Formation, ne, auch mit wechselnden Leuten, die da drinnen waren. Ähm, als ich in We Were The Crown kam, also aufgenommen wurde, ähm, war der Turbo, der Rapper, eigentlich waren die da in dem Moment nur zu zweit, ne? Also We Were The Crown waren auch noch Breakdancer, die hießen dann Universal Movements und so, also es war so ein, ähm, keine Ahnung, Verein, irgendwie, ne? Ja. Ähm, aber, ähm, als ich dann eine Platte machte, ne, der Eddie produzierte seine Platte, dieses I, I, what we do for love, damit sind wir dann zu so einer Plattenfirma gegangen. Ähm, auch Frankfurter, die aber so an der Stadtgrenze zu Offenbach, ehrlich gesagt, so ein bisschen drüber auf der Offenbacher Seite halt so ein Studio dann gerade gebaut hatten, ähm, und die ermöglichten uns halt dann, das wirklich auch rauszubringen, ne? Diese Leute waren Luca Anzillotti und Michael Münzing, die später Snap machten, ähm, aber halt, also drei Jahre später war das, ne? Ähm, die dann, als sie merkten, dass sie mit dem Sample von Chill Rob G auf The Power, ähm, nicht groß weiterkommen werden, ne? Weil das Ding halt einfach viel erfolgreicher wurde, als die sich je geträumt hätten, ne? Ihr dort drüben in Frankfurt, ihr hattet gleich auch so groß viel Rap aber. So bei uns zum Beispiel gab's ja kaum Rap. Also hier in Berlin, da als Hip-Hop richtig explodiert ist, da waren so original 80, 90 Prozent auf der Breaker Seite und die Reste hat gesprüht. Und wenn's da so ein paar Leute noch gab bei der Crew, die halt gerne gerappt haben, dann war das ganz mit Sicherheit nicht auf Deutsch. Das war englisch. Fantasie-englisch. Gut, bei uns war halt auch englisch, ne? Ähm, wie gesagt, dadurch, dass, ähm, wir so viele amerikanische GIs hatten, gab's halt einige Leute, die echt ganz gut gerappt haben. Ähm, und ich hab halt einfach auch sehr davon profitiert, diese Leute direkt vor meiner Nase zu haben. Ne? Pass auf, das muss man mal straight sagen. Der Turbo, ich war da 15, 16, ne? Der war mir Lichtjahre voraus. Einfach. Ne? In, in Skills. Aber der hat auch einfach wie ein Bruder. Guck mal, wenn du das machst, ne? Das ist echt ne geile Line, die du da hast, aber die wär besser halt im achten Takt oder im sechzehnten Takt, weil sie da mehr zur Geltung kommt, das ist auch ein schönes Ende, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Ne? Und ich das natürlich alles aufgesaugt. ich hab von diesen Menschen einfach sehr, sehr, sehr profitiert. Wie viel älter als du warst? Was ich jetzt sag, ist gelogen. Ich weiß nicht. Was bist du für ein Baujahrkiller? 71. Maschallah, 71. Ach, Alter. Ey, das kann sein, dass die nur fünf Jahre älter waren, Eddie und der Turbo oder der Ibo-Abi. Aber die waren halt Männer, während ich noch ein Kind war, ganz einfach. Da ist fünf Jahre dann schon viel in der Altersspanne. Ja, ganz krass. Ganz krass. Weißt du, also ne, ich stehe da in, ich erinnere mich ganz genau, ich stehe da in kurzer Hose und dann sagt einer von den großen Brüdern, Moses, pass auf, das mit dieser kurzer Hose, das geht nicht. Und ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. Für mich war er bei 11. Was war mal das? Wie hieß deine, vor ERP, wie hieß die Rap-Crew? We were the crown. We were the crown. Das war nicht noch, es hatte nicht noch irgendeinen anderen Namen. Das verwechsel ich jedes Mal. Asiatik Warriors war Azad, ne? Das war jedes Mal, korrigiert mich, da behe auch du mich letztes Mal auch bei TV-Straßen. Ich hab übrigens was, wir hatten die geilsten Sprüher. Keiner konnte sich mit Berlins Sprühern messen. Wir hatten die Vollprofis, die Nerds, die Motherfucker und einer davon ist der Homie Leroy, der hat auch, macht den geilsten Airbrush. Ich hab gesagt, die Legende kommt. Warte, 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 macht MC Boogie gerade Moses P. sein Geschenk auf? Ja. Was machst du? Er muss doch das Geschenk aufbauen. Naja, aber bei Blumen macht man das doch auch. Bei Blumen macht man doch auch erst das Papier ab und gibt dann den. Ja, genau. Vor allem mit so einem Gangstermesser. Perfekt, Digga. Langwitzel nach Haus. Manchmal ist das Beste, was in den Arzt gesteckt, mein Messer, weißt du. So sieht's aus. Haben wir hier den Leroy, auch eine Legende, der ist einer der besten Writer, die wir haben. Muss ich einfach mal. Halt mal die Kamera. Jawohl. Ach, krass. Yes. Hip-Hop Cave, Shoutout. Reine Liebe für mein Bruder. Herzlichen Dank. Ich danke, dass ich dich sehen kann, dass du hier an den Tisch bis vor nicht gelogen wirst, Bruder, Alter. Nur Liebe. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Yes. Ich will es mir natürlich angucken, aber ich muss auch mal... Ja. Hammer, der Bruder Leroy. Vielen Dank auf jeden Fall. Krasser Typ. Leroy, Hip-Hop Cave. Beste Airbrush. Beste Airbrush, Hip-Hop Cave, der Homie Leroy. Check, check. CMD, baby. Criminal Minded. Check Boogie Live, da seht ihr ihn. Live. Boogie Live geht auch demnächst weiter. Erstmal mit dem Part, wo ich mit dem Bruder King Cool Savage die Hall of Fame zwei Meter von mir zu Hause entfernt besprühe. Jetzt wisst ihr, warum wir den Hood nie verlassen. Wir haben alles im Hood, jetzt auch eine Hall of Fame. Kommt nach Langwitzel und battelt mich. Stehst du? Das ist true Hip-Hop. Hast du mal gebombt, baby? In the veins. Ja, jeder hat mal einen Tag gemacht. Warst du mal so ein bisschen am Matrix, mal einen Trailer gemacht oder so? Ey, ich bin so untalentiert leider. Ne, ich hab ja die ganze Zeit einfach mein Maul gehalten gerade. Aber auch in diesem Breakdance-Ding. halt, ne, ich pass auf, Logo fand ich es cool und aber, pass auf, keine Chance. Da sind wir uns alle drei sehr ähnlich, glaube ich. Ich hab mal... Aber wie peinlich halt, ne, weil ich will auch vom Herzen her, ne, bin ich eigentlich Breaker. Ich fühl dich total. Ich bin auch vom Herzen her Bodybuilder. Und ich Boxer. Das hat nicht geklappt, oder? Warst du aber mal? Wo die Liebe hinfällt. Ja, voll. Wie kann man Breakdance nicht lieben? Wenn es Mitte, 80er irgendwo, weißt du, stell dir vor, du hast es noch nie gesehen. Also bei mir war es ja auch als Kind so, da war ich im Iran und wir waren da mitten im Krieg und die packten da ihre Armenier, unsere Nachbarn, das waren so alles Armenier. Alle, die Breakdance gemacht haben, waren bei uns Armenier. Ich hab keine Ahnung warum. Die hatten alle Adidas-Anzüge und Locken. Und auf einmal liegen da überall so hier die Pappe auf dem Boden und die machen da ihre Moves und die sehen alle gleich aus. Alle hatten so diese geilen Anzüge an und so. Du hast als Kind gar keine andere Möglichkeit gehabt, als stehen zu bleiben und zu gucken und zu denken, geil, ist doch geil. Das hast du mir mal geschickt. Ich kann mich daran erinnern. Da gab es YouTube-Aufnahmen. Es gab es YouTube-Aufnahmen von so Iranern. Das war was anderes, aber ja. Wahnsinn. Da habe ich das das erste Mal gesehen. Das hat halt die Welt infiziert, Alter. Zu Recht. Breakdance. Respect. Die bis bis heute noch. Interessiert ja heute keinen mehr. Aber wie krass diese Musik, die echt für Spinner, das Ganze war ja für Spinner, Mann. Phenomale Leute, was macht denn ihr da? Aber wie krass das so die Welt eroberte. Also auch heute Pop-Produktion. Pass auf, ganz normal. Alles Hip-Hop-Einflüsse. Alles dieses, jenes. Und ich rede nicht davon, dass da mal einer rappt oder so. Sondern halt Sampling machen, tun. Irrsinn. Und ich finde, keine Musik hat mehr die Barrieren unter Leuten weggemacht. Jetzt ohne jetzt zu euphorisch zu werden. Aber am Anfang war es halt so auch, war auch wie die Kids in der Stadt zusammenkommen. Die Barrieren. Also guck mal, es gibt so ein bisschen Gemeinsamkeiten. Man tauscht sie aus und das ist nicht vorher, du kommst, sondern was du machst, wie der Homie Rakim sagt. Voll. Also auch, das hatte immer schon so ein bisschen was Kompetitives. Was bitte? Kommt was? Was Kompatives? Wettbewerbliches. Competition, jetzt verstehe ich. Okay. Aber irgendwie, wie ich gerade erzählte, bei uns war das halt so mit so einer Hilfsbereitschaft verbunden. Auch, ne? Wo du sagst, pass auf, ja, das geht noch besser, Bruder. Kannst, weißt du, was komisch ist, in einem Ding, wo es von vornherein, also auch als ich noch, ne, aus meiner Sicht nicht so richtig rappen konnte, war ich in meinen Raps aber schon der Größte, ne? Mhm. Kennt ich. Das ist toll. Das ist also, ey, wirklich, ich meine, was soll ich denn erzählen, ne, dass das mein ganzes Leben dominiert, ne? So wie, wie, ist völlig verrückt. Wir danken Gott für Hip-Hop. Schnaps für alle, wie Moses P. sagt, oder? Nein, doch nicht. Schnaps für alle nicht. Oh no, oh no. Du trinkst ja auch manchmal gern, ich hab dich ja noch nie irgendwie ausfeind gesehen oder irgendeinen Skandal gehört. Klar, du hast einmal Raab eine gegeben, bestimmt gerechtfertigt, aber hast du auch mal so Blackouts gehabt mit Alkohol oder so? Weil du immer so, immer gute Erfahrungen hast, wie ich mit den Weedern. Es ist schwer, sich zu trennen, Baby, wa? Jeden das eine, Baby. Also schon auch, dass man am nächsten Tag denkt, boah, das wird jetzt vielleicht auch nicht sein müssen, die letzten, der letzte Schnaps war schlecht, irgendwie so. Ach, Köpfe unter dem Bett, oder? Nee, gar nicht, nee, aber einfach, dass es mir nicht so gut ging. Das war ja voll die Mythe damals. Weißt du noch, beim Interview bei TV Straßenhaut, ich dachte ja, das ist ja eigentlich voll egal, wie gesagt, aber ich dachte ja auch, du bist eher so, auch schon so mehr so, Banger, wir hätten auch ange, ich dachte auch, du warst viel mit Gewalt konfrontiert und so auch, hätte auch gedacht, Knast oder so, das weißt du, man, kennst du auch immer so auch, wenn man so denkt, so was man dann hört und wenn dann hat, ich war auch so überrascht, nicht so ruhig, so bedacht, ich habe sogar zu Belas vorhin gesagt, für mich bist du sogar ein bisschen so spirituell irgendwie, weil wir waren auch sehr deep letztes Mal. Wahnsinn. Spirituell oder religiös? Ich würde es spirituell sagen. Du würdest spirituell sagen, wirklich. Und du gehst aber auch nach manchen heiligen Schriften, oder? Hattest du nicht gesagt, Tora, Bibel, Koran, war da nicht was, dass du ein bisschen angetatscht bist oder so? Ja, klar. Buddhismus war es, Bruder, oder? Nein, es ist alles. Du hörst dir das Beste aus allen. Ja, also deshalb würde ich halt religiös nicht sagen, weil religiös ist so, pass auf, da ist ein Ding, das ist es, aber für mich sind das wie Sprachen, die versuchen sich derselben Sache zu nähern und dieselbe Sache zu erklären. Und jetzt ehrlich gesagt, können wir Einigkeit darüber erlangen, dass die Muslime, die Juden und die Christen natürlich denselben Gott beschreiben, das ist ja ganz offensichtlich, oder nicht? Da werden dir viele widersprechen, das ist dir klar. Tatsächlich? Ja. Wie könnte man? Das ist auch eine Sache, wo ich auch eher auf deiner Seite wäre, aber ich weiß, dass dir viele Leute widersprechen würden. Ich bin auch auf deiner Sache, ich gebe A, B, Recht, mittlerweile in dieser heutigen Gesellschaft ist es leider so, oder in der heutigen Welt, aber es ist schon immer so. Digga, Religion ist eine Interpretationsfrage. Ja, aber wäre doch voll dumm, wenn jemand jetzt zu dir sagt, zum Beispiel, pass auf, der Gott, an den ich glaube, der hat mit deinem, in deinem Islam nichts zu tun, ich bin Jude. Ja. So, dann ist es halt seine Interpretation vom Ganzen. Aber da kann man nicht leider sagen. Das heißt ja, der macht ja keinen Fehler. Nee, leider wäre, wenn da die anderen sind. Leider ist, wenn ich sage, ich setze mich nicht mit Moses und bin, weil der ist so und der ist so, dann sage ich leider. Nee, nee, darum geht es ja nicht. Moses will ja, glaube ich, den Punkt verdeutlichen, dass diese, vor allem die drei Religionen, die monotheistischen Religionen, ja, dass die halt auf jeden Fall auf denselben Gott zurückgreifen, wenn man jetzt heutzutage sich aber die Gesellschaft und die Welt anguckt, sieht man, dass die im Konflikt miteinander liegen, in einem religiösen Konflikt. Aber das ist der Unterschied zwischen Spiritualität und Religiosität für mich, Weil ich sage, okay, da hält einer an einer Sichtweise darauf fest, während für mich etwas spannender ist und mir ins Herz gelegt ist, dass da eine Kraft ist, eine Liebe, die sich alle nur zu nähern versuchen, die sich zu erklären versuchen. Weißt du, was ich sagen will? Ich ja. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber ich stelle mir andere Leute vor und deren Mindstate und da ist dann schon wieder so, die Liebe ist dann wie die Wahrheit, oder? Also das ist total interpretierbar. Aus jeder Sicht ist es was anderes. Es gibt so viele grausame Leute da draußen, die denken, die tun das Richtige. So, das habe ich mitbekommen. Und da frage ich mich dann, wohin geht da die Gravitation? Wozu fühlen sie sich angezogen? Was ist ihre Liebe? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Stellt geschrieben. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst. Wenn du so Kinderschänder sagst, das ist halt das, wie ich empfinde, das macht mich halt irgendwie heiß. Okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Deckel. Ich verstehe, da gibt es wenig Diskussionsspielraum für mich. Was heißt das genau? Wenn du glaubst, deine Religion sei Kinder zu schänden, dann weiß ich, wem du dienst. Okay. Das ist jetzt mein persönlicher Applaus. Den könnt ihr jetzt so werten, wie ihr wollt. Meiner auch. Ich habe nur kein Gerät, weil ich mich bedienen kann. Ich mag diese Einstellung einfach. Ich mag es einfach nicht, wenn die Leute solche Sachen runterrelativieren heutzutage. Es geht mir voll auf den Sack. Und deswegen finde ich, das ist ein wichtiges Thema, was zum sechstausendsten Mal hier angesprochen wurde. Aber hey, wir sind halt die Pedobusters. Aber um dazu was zu sagen, bei der Frage, okay, ist derjenige straffähig oder krank? Würde ich oftmals auch sagen, ganz offensichtlich krank. Wie Buddha sagt, pass auf, wenn du dich selbst wirklich liebst, kannst du keinen anderen verletzen. Ganz einfach. Schöner Satz, hab ich noch nie gehört. Ich habe immer nur sehr viele Leute gehört, dass die buddhistischen Lehren, denen sehr viel geholfen haben, auch erkennst du mir, ich kenne mich selbst bei meiner Religion, wo ich sage, ich glaube daran, bin ich sehr unbelesen, gebe ich auch zu, aber fühle da auch immer mehr. Aber ich würde gerne mal bei den buddhistischen Lehren, wie ist denn das dann, wenn du ange... Bruder, da musst du jemanden fragen, was davon steht. Ach so, scheiße. Nicht jemanden, der nur so ein paar Sagen gelesen hat und sagt, ah, komm mal, Das resoniert einfach mit mir. Ich lese das und sage, pass auf, das ist die Wahrheit. War Gandhi ein Buddhist? Ja. Dann hat er glaube ich auch, der hat doch auch so gegen alle seine Feindheit auch immer mit Devote und nix machen irgendwie gegen die agiert. Gab es auch die Mythe oder ich weiß nicht. Haben wir alles nur gefährliches Halbwissen, lass lieber über Kulji Rap reden, da wissen wir mehr. Nee, aber gefährliches Halbwissen gibt's nicht. Nochmal so nebenbei. So, weißt du, also ich mag diesen Begriff nicht. Nee, das ist nur mal langwitzender Spruch, ich weiß gar nicht, Ich weiß auch ganz genau, dass er das gar nicht ernst meint, der macht das immer so spaßeshalber. Hinweis, aber gefährliches Halbwissen, also mit diesem Scheiß wird hin und her geschmissen ohne Ende gerade, das ist so nervig. Also egal, wer was sagt, da kommt jetzt einer und sagt, gefährliches Halbwissen. Meinst du, du bist nur ein Gefallen und bring doch mal dein ganzes Wissen rein. Weißt du, dann kannst du auch der Sache vielleicht ein bisschen weiterhelfen, anstatt immer zu sagen, das ist gefährliches Halbwissen, aber du hast doch konstruktiv nichts beizutragen in dem Augenblick, wenn danach nicht kommt, warum es gefährliches Halbwissen ist oder dass du eine Alternative anbieten kannst. So, das ist so nervig, das ist nicht mehr normal und das kriegst du unter fast jedem Video heutzutage, wenn du dich auch nur einen Schritt weiter wagst als die Mitte vom Teller und irgendwas Kontroverses sagst, obwohl wir auch alle echt Menschen sind, wir können auch Fehler machen, meine Meinung muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber wenn es dich schon jemand traut, mal irgendwas Politisches anzusprechen oder irgendwas Kontroverses, Polarisierendes, dann kommen die zehn Affen mit ihrer Keule sofort mit diesem gefährlichen Halbwissenscheiß. Und ich würde mir so sehr wünschen, bitte an alle euch gefährliche Halbwissenspammer da draußen, bietet doch bitte eine Alternative. Ich nehme es sehr gerne an, gefährliches Halbwissen, wenn danach erklärt wird, warum es gefährliches Halbwissen ist. Und im Optimalfall kommst du mit deinem reinen ganzen Wissen und klärst uns alle auf. Dann gibt es auch Applaus für dich, Baby, Baby. Ich setze acht Bonköpfe und 80 Kapseln Kopfgeld auf die, die immer unseren YouTube-Scheiß sperren hier. War Baby? Also ne, ich jetzt, du, ich habe jetzt verstanden, du siehst es so als ein Rhetorik-Move, wenn jemand sagt, oh, gefährliches Halbwissen. Voll langweilig. Lass mal nicht als Rhetorik-Move, sondern für mich selbst. Ich weiß einfach, ich habe mir das nicht, ich habe mich damit nicht genug beschäftigt, ich weiß es nicht, Bruder. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschnappt, das, was ich habe, ist so gefährliches Halbwissen, bevor ich jetzt mich hier hinsetze und sage, ich bin davon überzeugt, es ist genau so, sollte ich mir das vielleicht nochmal ein bisschen angucken. Ja, ich finde es auch total, es ist absolut legitim auch, weißt du aber, was das Ding ist, der Unterschied ist einfach, nur, du bist halt jemand, der halt genau wie alle anderen da draußen einfach mal über eine Sache nicht so viel weiß, wie von ihm verlangt wird, von dieser Welt da draußen, dieser Internetwelt oder wo auch immer diese ganzen Sachen herkommen. Weil es doch total normal ist, dass wir nicht alles wissen können. Wir sind doch keine allwissenden Wesen. Voll. Aber deshalb, ich glaube, der Kritikpunkt ist ja, dass, wenn ich mich jetzt hier hinsetzte und sagte, guck mal, das ist so und so und man einfach merkt, okay, der Bruder hat ein halbes Buch darüber gelesen und jetzt denkt er, der weiß ganz genau, wie es funktioniert, ist für mich eigentlich gerechtfertigt, dass jemand sagt, du, das ist aber nicht die ganze Geschichte, die er kennt. Das ist auch richtig, es ist nicht die ganze Geschichte. der er sich jetzt so seine Meinung gebildet hat. Richtig, aber es ist kein gefährliches Halbwissen. Wo kommt dieser Gefahrenfaktor auf einmal her? Dass jemand über Sachen nicht mehr reden darf, von denen er nicht 100% vielleicht weiß? Ja, dass ihm nicht alle Informationen oder zumindest mal die verfügbaren Informationen zur Verfügung stehen. Also zur Verfügung stehen schon, er sie halt nicht verinnerlicht hat. Und das ist das, was wir wirklich von den Menschen da draußen verlangen heutzutage, dass sie alles wissen? bevor er jetzt anfängt zu predigen, fände ich es ganz gut. Weißt du, ich würde es ganz gut finden, wenn er wenigstens bis zum gewissen Punkt kredibel ist, dass man mit ihm reden kann und merkt, ah okay, er hat sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Mit einem kompletten Vollidioten an einem Tisch zu sitzen, der dir versucht, jetzt Raketenwissenschaft beizubringen, das wird immer in einer Sackgasse landen. Aber trotzdem müssen wir das nicht ausstudiert haben, damit wir das Recht dafür haben, uns hinzusetzen und mal über eine Sache zu diskutieren. Und es kann ja... Ja, mal zu fragen, wie ist denn das? Ist ja was ganz anderes, als zu sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, Bruder. Ich habe sie selbst nicht verstanden, wie soll ich dir die erklären? Richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Thema anfange zu reden, wovon ich jetzt keine vollkommene Bildung habe, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wir sprechen jetzt hier an diesem Tisch über die letzten zehn Jahre afghanische Historie. Weißt du so? Vielleicht weiß ich ein bisschen was darüber. Und dann ist es doch ganz legitim, auch dass ich das auch dann bespreche. Also guck mal, um bei diesem Begriff gefährliches Halbwissen zu bleiben, die zwei Sachen, die ich darüber weiß, würde ich als gefährliches Halbwissen bezeichnen. Über Afghanistan? Ja. Rambo 3 und was auch? Ich kann damit nichts machen. Das ist... Das ist so nichts zu gebrauchen. Ja. Das Wissen, das ich darüber habe. Ja. Also für mich ist es dann kein gefährliches Halbwissen, sondern du weißt es einfach nicht. Voll. Du hast ja keine Ahnung. Aber wenn ich mich jetzt hier hinsetzte und behauptete, guck mal, das habe ich gehört, ich hatte mal einen Mathelehrer, der in Afghanistan war und immer davon erzählt hat. Das nehme ich jetzt und das ist alles, was es über Afghanistan zu wissen gibt. Ja, dann hast du keine Ahnung, wovon du redest. Und ich glaube, ein gefährliches Halbwissen ist schmeichelhaft gemein. Das ist kein Halbwissen, sondern das ist so, du hast kurz mal durch so ein kleines Loch geguckt. Also das ist noch ein Euphemismus, Halbwissen. Ja, ja, klar. Du hast es gar kein Wissen, das hast du da eigentlich beschrieben. Absolut. Das ist der Punkt. Absolut. Ich mag dieses gefährliche Halbwissen einfach nicht im politischen Kontext, weil es einfach einen Leuten mundtot machen soll. Weißt du so, das heißt, diskutier nicht darüber. Was soll die Scheiße? Redet mal bitte viel mehr noch über Sachen, über die ihr nicht ganz hundertprozentig Bescheid wisst, weil dann gebt ihr den Leuten die Möglichkeit, euch vielleicht auch aufzuklären, euch zu korrigieren oder andere Denkweisen euch näher zu bringen. Weil nur das kann durch diese Art von Konversation überhaupt erst entstehen. Ja, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Konversationen. Guck mal, ich habe gehört das und das. Hast du das auch gehört oder dieses oder was hast du gehört? ist das eine, das andere ist halt das ist so. Ich weiß genau, das ist so. Warum ist das so? Ey, ich kenne jemanden, dessen Cousin der Vater, der kennt den, der sagt auch, der ist nur und so. So. Genau. Ich würde halt sagen, dass wir so nicht arbeiten können. Ne, ist auch richtig, absolut. Aber dieses gefährliche Halbwissen, um das Ding mal zum Ende zu bringen. Also dieses Ding, dass der Typ überzeugt ist, ne, der ist ein Hurensohn. Der hat ihn noch nie gesehen, ne, hat nur von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat, der von jemandem gehört hat. Und diese Überzeugung hat, das ist, glaube ich, das, was der Boogie mit gefährlichem Halbwissen meint. Das kann alles sein. Ich meine, ich mag einfach nur nicht die Leute. Ich hatte dich richtig, richtig. Ich hasse das einfach. Ich hasse das, dass die Leute, ich weiß ja, dass die Leute sich wagen, anderen Leuten zu sagen, sie sollen die Schnauze halten aufgrund von gefährlichem Halbwissen, aber selbst nichts wissen. Das ist das, was mich ankotzt. Weißt du so? Es geht nicht um die Message, es geht um den Messenger. Der weiß selber von nichts, aber er denkt, er kann jetzt diese Keule verteilen. Und mit gefährliches Halbwissen, mit diesem Spruch, alleine im Internet, als Kommentar unter einem Video, hast du schon 100 Punkte abgeholt. Weißt du so? Das ist heutzutage so geworden. Ich glaube nicht an dieses Internet. Das lustigste Wort im Internet ist Ehrenmann. Für mich klingt das so ironisch, wenn ich sage, Ehrenmann, Beda, das klingt wie Arschloch, Beda ist auch schlimmer. Ehrenmann, Bugi ist so ironisch irgendwie. Es klingt so komisch in diesem Zusammenhang immer. Wahnsinn. Wir hatten das letztes Mal in einem Podcast mit Fatal auch. Der hat das auch richtig erkannt, finde ich. Wir leben so in einer Ära heutzutage, so gesellschaftlich gesehen, wo alles auf dem Kopf steht, so ein bisschen. Und die Leute, die mit den Begriffen wie Ehrenmann und so weiter um sich schmeißen, sind so, so oft, so frei von Ehre. Und das ist das, was man halt heutzutage mitbekommt. Das sind halt einfach nichts anderes als Popkulturbegriffe heutzutage geworden. Aber viele Leute meinen das nicht so wirklich ernst. Ich weiß. Ich merke eh zur Zeit, überall, wo ich hinblicke, ist irgendwie irgendwo was los. Es ist halt viel Negatives überall und gerade so eine komische Aura. Deswegen will ich den Podcast heute gar nicht beenden, weil hier ist es gerade so gemütlich. Ich habe mal eine Frage, was mich immer meine Fans voll oft fragen. Ja, diese Top 5 ist dumm, aber ich weiß einfach, dass du immer noch Fan, Freund, Liebhaber bist. Das haben wir eigentlich jetzt hier seit über einer Stunde auch besprochen. Was Musik angeht, was pumpt denn Moses P., wenn er abends dann mal einen Whisky da hat oder wenn ich mal im Blunt habe und entspannen will, wenn du Musik konsumierst, nur so zum Entspannen oder zum Entertainen werden oder zum Fühlen. Rakim habe ich schon verstanden. Ich muss mal ganz kurz richtig stellen. Ich spreche den Namen Rakim nie falsch aus. Ich sage immer Rahim. Den habe ich auch geliebt. 88, die Rapper-Lot-Platte. Rahim the Vigilant. Und das zu verwechseln auf die Leute. Jetzt erzähl mal, deine Top 5, ich will wissen, was Moses pumpt, Baby. Außer Tor Bubi. Ich sage, guck mal, so viel Rakim zu pumpen gibt es jetzt heute ja nicht mehr. Ich freue mich immer, wenn er irgendwas macht. Ich auch. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er bei diesem Tiny Desk Ding mit so einer Band performt. Das fand ich auch brutal. Mit Azad hat er gerade sie hat Geryllias, oder wie das heißt, auf irgendeinem vor 4, 5 Jahren oder noch älter? Ja, ich glaube, es ist noch älter. Noch älter, ne? Noch älter, ja. Mehr Namen, Baby. Aber ehrlich, das ist mittlerweile so track-driven. Da sind Lieder dabei von Leuten, die kenne ich gar nicht. Es ist einfach nur, pass auf, und ich höre dann auch, feiere den einen Track, denke, okay, boah, krass. Und ich muss noch mehr von dem hören. Und die anderen Sachen tören mich dann gar nicht so sehr wie das eine. Deshalb kann ich diese Auskunft eigentlich nicht so recht geben. Aber es gibt eine Playlist, die heißt Nachtschicht-Playlist. Die gibt's bei Spotify, Apple Music und Deezer, in der ich jeden dritten Montag im Monat einfach meine neuen 25 Lieder, die ich gerade so pumpe, dazu klatscht es mittlerweile irgendwie 600 Lieder. Wir machen das jetzt schon so ein paar Wochen. Das ist interessant. Fragen mich die Fans gerade auch, die sollen sowas mal machen? Also das ist schön, ne? Also mir sagen Freunde auch, ne? Ja, ist auch noch. Oh, krass. Das war ja krass. Das ist jetzt auch in meiner Playlist und so weiter und so fort. Das ist irgendwie eine, diese Playlist, es gibt viele Sachen, die ich an der non-physischen Verbreitung von Musik suboptimal finde. Oh, Bro, non-physisch? Was meinst du jetzt? Stream? Ja. Also nicht mehr Hardware, sondern nicht nur viel verstehen. Gerade das Streaming nochmal eins mehr. Aber dieses Playlisten-Ding ist natürlich was ganz Tolles dabei. Also auch eine Form der Kommunikation miteinander. Ich sehe immer, wie Puffy sagt, ach, fuck Nudes, send mir eine Playlist. Wir haben ja früher auch immer uns darüber mitgeteilt, über Playlisten ist ja nichts anderes als Mixtapes von meinem Homie Commander Abu Langwitz. Der hat uns immer, den ganzen Sportvereinen, diese Mixtapes gemacht und dann auch, es war auch wirklich, auch wenn einer schlechte Laune hatte oder schlecht mit einer Frau, hast du ihn halt lauter sexistische Lieder rauf gemacht. Der eine macht einen Boxkampf, dann kommen lauter Power-Lieder. Ihr wisst, was ich meine, ist das Mitteilung auch, ja? Voll, voll, voll. Eigentlich logisch, klar, die Playlist. Das hast du auch bei Mädels gemacht früher, ne? Mixtapes geschenkt. Ganz krass. Ganz krass. Das gibt's heute nicht mehr. Stimmt, Baby. Ich dachte, du machst jetzt wieder irgendeinen Witz. Genau, ja. Genau, das ist richtig. Und ich, ganz kurz, muss ich jetzt sagen, ich hab mir jetzt letztens eins gemacht, vis-a-vis, sagte mir mal, kann bei YouTube Sleeper machen. Ich hab's nicht hinbekommen, jetzt ist das zu nervig. Auch so Spotify. Ich hab mir jetzt echt wieder Mixtapes selber gemacht, als CD reinmachen und 13 Uhr wieder ist es zu Ende. Man schläft ein. Ja. MC Boogie schläft zu Mixtapes ein. Dafür gibst du mal Gratulation. Hammer. Ich hör noch, wie hieß das? Hörspiele? Hörspiele. Alf. 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 Nicht wirklich, das war jetzt Spaß, aber das hab ich gern als Kind gehört. Und die Kids aus unserer Familie machen das heute noch, als Tradition so. Alf einschlafen. Ja gut, ich war so drei Fragezeichen, ne? Und ich feier das heute noch. Siehste? Straight up. Also ich gucke Alf gerne, heutzutage immer noch. Und ich sag dir mal, willkommen in West-Berlin, Gewalt und spuckende Uzzis, bin eiskalt und bin wie Alf, ich mag Pussis. Ist doch nur Spaß, no problemo. Moses, du wolltest gerade was sagen, da hat der Bruder hier seinen Move ausgepackt, den er gerne macht und zwar hat er unterbrochen. Kannst du dich noch erinnern, wo du hin wolltest? Ja, ich wollte dich fragen, weil du sagst, das gibt's heute nicht mehr. Da ging's um... Die Mixtapes. Ja. Aber ist nicht die Playlist das Mixtape von heute? Schon. Und das gibt's ja. Also da gibt's bestimmt auch, ne? Dass jemand sagt, du, guck mal, ey, irgendwie so, ich hab das Gefühl, dass wir an so einem Scheideweg stehen und ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen und alles, aber das wollte ich dir noch geben, hier die zehn Tracks, die ich mit dir verbinde, bla bla bla. Das wird's doch... Also da schickt doch jemand ne SMS. Ja, meinst du, das gibt's? Ja, bestimmt. Also jemand will jetzt ein Mittel klar machen und dann schickt er ihr so ne SMS mit Playlist drin? Ja, aber ich meine jetzt, das ist quasi das Gegenteil davon, aber grundsätzlich, ja, klar. Also der neue Scheiß bei Tinder, vielleicht ab nächste Woche verschickt eine Playlist, Alter. Aber das letzte Mal, als ich auf Tinder war, hab ich gesehen, dass die schon eine Kooperation mit Spotify machen. Ach, guck mal. Ja, ja, klar. Also ne, das ist jetzt schon ne Weile her, bestimmt ist es schon ausgebaut. Okay, okay. Also wer immer das gerade aktiv benutzt und mit Spotify, bla bla, ihr könnt ja jetzt jemand drunter schreiben. So geil, so mit Herzchen-Emoji hier so, ne? Einfach mal schicken, die Mädels klar machen, hier meine Playlist. Ey, meine Playlist. Ich wollte aber sagen, ich geb euch voll recht, man kann seine Gefühle ausruhen, ist auch fast das gleiche, aber ein bisschen so, diese 90er, hab viel diese New York Mixtapes gehört, Funkmaster Flex, Duwab, Frankie Cutlass, die waren auch oft mit Skits manchmal. Nein, 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 Bruder, nein, 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 nein. Wie meinst du das, P? Jetzt verarschen wir mich beide, ja? Lass uns vor die Tür gehen, ich kann das nicht mehr aushalten. Nein, Bruder, ich meinte nur... War die Count drin? War die Count drin? Ach Mann, Alter. Pass mal auf, nein, ich meine nur, diese Mixtapes waren ja oft dann auch, was ganz, selbst wenn du eine Playlist hast, hast du ja Lieder, die auf Alben drauf sind oder im Internet waren, als einzelne Streams, auf diesen Mixtapes gab es halt besondere Sachen, da waren oft Extraverses, Exclusive, die Mixtapes, deswegen war es nicht ironisch gemeint, auch oft so angelegt mit Filmskits, das schönste Mixtape ist für mich, mein Lieblingsmixtape ist von Do Wap, das Bronx Tale, das ist so wahnsinnig schön und mit so viel Liebe zum Detail mit Skits und Gott schütze die Mixtapes, Baby. Bela schon auch ein sehr stabiles Mixtape, müsst ihr unbedingt holen das West Berlin Mixtape, das erste, zweite, was dein zweites Release war? Achso, das 187 Street Tape. Ja, unfassbar. Das war kein Mixtape in dem Sinne, weil das war alles selbst produziert, aber Mixtapes sind halt schade, dass man die heutzutage nicht mehr richtig benutzen darf wegen diesen ganzen Rechten und so. Man kann ja heutzutage nicht irgendwie drei Ami-Beats nehmen und zwei von den Franzosen und so und dann mache ich jetzt voll den geilen Scheiß draus, dann kannst du es halt nicht mehr rausbringen, weißt du so. Damals war es auch so ein bisschen, sag ich mal, unterm Radar fliegen, rechtlich gesehen war es ja auch nicht wirklich legal, aber heutzutage ist es unmöglich. Mit Fingerabdruck kannst du heute vergessen. Bisschen so das Hausbauen auf Territorium bisher nicht gehört, ja. Aber es wäre eigentlich voll geil, stell dir mal vor, weißt du so, also was es heutzutage noch an Repertoire gäbe, im Gegensatz zu früher, ist es ja viel größer, so weißt du so. Was ich mir damals immer gedacht habe, der erste Motherfucker hier so von der Straße, der kommt und so diese Deutschrap Classics alle einsammelt und darauf was macht. Dann hat das irgendwann, Megalo hat das dann gemacht, soweit ich weiß, so, dass man halt die ganzen alten, wirklich 90s, Anfang, Mitte 90s, euren Stuff und so weiter, weißt du, wenn jetzt ein 2020er MC jetzt kommen würde und macht jetzt erst direkt mal so ein Mixtape klar, nur mit solchen Beats so, weißt du, aber mit den heutigen Vocals, mit den Rap-Styles, mit der Art, wie man es mischt, mach Autotüren rauf, egal, weißt du so. Wie es die Amis halt auch gerne machen, weißt du, wenn DJ Khaled jetzt irgendwie irgendwas rausbringt und es ist ein Santana, ein Maria Maria, so, weißt du, funktioniert das. Das ist halt geil, solche Sachen haben hier in Deutschland so ein bisschen Boden vergessen, glaube ich, so mit der Zeit. Ich liebe voll diese Mixtape-Attitüde. Entschuldige. Die Mixtape-Attitüde, ich habe, das ist mein erstes Mixtape, Fraunanz war da voll in der Matrix auch immer, der hat auch manchmal nur mit Ami-Sachen oder so, Savas hat was Interessantes gemacht zu seinen Lieblings- oder zu Ami-Liedern, ein paar noch dazu. Ich habe so, glaube ich, gefühlt 2005, 2004, Gangster-Boogie-Mixtape mit einer fetten Plauze gemacht, es hat so Spaß gemacht, diese ganzen, wir haben viel von Reef bekommen, über seine Platten, dann damals wurde irgendwie, ja, war ein schweres Instrumentals ranzubekommen, war nicht so leicht wie heute, also gab es nicht so viel, aber haben dieses Gangster-Boogie-Mixtape gemacht, hat mega Spaß gemacht, die ganzen Filmskiz und so, aber dann ist es dann doch schwer mit den Rechten, aber ich finde es manchmal geil, Bela, ich sage oft auch Frankenstein-Projekte, ich habe dann 1000 Mixtape-Beats bei YouTube, Rap auf irgendwas, Onkel B macht eine Bombe draus. Das ist ein junger Bruder, für den ich arbeite, der hat die erste VÖ, die er machte, hieß Deutsches Demo-Take, und zwar auch halt nur Rappen auf Playbacks von irgendwelchen Liedern, die auf Tracks basierten, also Playbacks von Stücken, die man halt kannte, was ja rapmäßig natürlich voll die Tradition hat, also ich meine, was soll ich sonst rappen, wenn nicht auf eine Platte, die ich feiere, auf die B-Seite. So hat man auch ein bisschen rappen gelernt, ne? Ja. Früher. Also ich habe mit Nachrappen angefangen, ich glaube jeder hat mit Nachrappen angefangen. Erst im Rap-Somalweg. Vor dem Spiegel, 18 Jahre, Public Enemy-Tapes von den Freunden von meiner Mutter oder von Bekannten vom Vater oder so, Vater hat dann die Public Enemy, 88 Jahre hat er sie selber, immer vom Spiegel rappen geübt, ja genau, und ich sage immer den jungen Leuten, ja ich will rappen lernen, ich habe keine Beats, sagst du junger Mann, ihr habt alle Internet für Pornos und sonst was, da sind tausend Beats, gibt die besten Leute, ihr habt Instrumentale, ihr könnt euch ausleben. Und dann... Wenn heutzutage, die Frankfurter Szene, die, na klar, also es ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen, ja, aber die Frankfurter Szene heutzutage ist doch im Vergleich zu eurer inhaltlich etc. pp. so ganz anderes Universum. So, wie nimmt es so ein alter Hase wie du jetzt auf, wie sich heutzutage das entwickelt hat, wenn man jetzt an die großen Namen nennt, sag mal, ab der Haftbefehl-Ära bis heutzutage so die Aslak-Ecke, Nimos und was weiß ich nicht was, wenn sich das ein Moses Pelham so reinzieht, empfindet er von Anfang an gleich Liebe und klickt es da gleich oder muss man sich da erstmal in die neuen Welten so ein bisschen so reingewöhnen? Oh, ganz unterschiedlich, ne? Gibt Sachen, wo ich einfach sage, warum ich raffe es halt nicht, ne? Wo ich auch sage, vielleicht ist auch gewolltes ist nicht raff, ne? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendwie dieselbe Musik zu feiern wie deine Eltern in einer bestimmten Phase deines Lebens, ne? Du willst dich ja abgrenzen, ne? Es muss was Eigenes sein. Wenn es für mich so ist, ja, ist ja klar, dann ist es nicht neu, nicht frisch, nicht dieses Unerwartete, ne? Ähm, also es gibt Sachen, wo ich einfach sage, pass auf, ich raffe nicht, was ihr da macht. Ähm, und es gibt einfach Sachen, die für mich so sind, wow, das hätte ich jetzt nicht auf dem Deckel gehabt, aber krass. Ähm, und es gibt Sachen, die für mich logisch sind. Ne, also ich kann das nicht so grundsätzlich sagen. Das ist auch sehr Track für Track, Künstler für Künstler und so. Als du die ersten Trap-Sachen und so gehört hast, was man heutzutage als Trap betitelt, kann man sich jetzt drüber schreiten, aber halt so diese neue Welle, ähm, hast du da gleich Liebe für empfunden oder tust du es überhaupt? Total, Total, also ne, aber das liegt halt daran, dass, ähm, Trap sich für mich so ein bisschen anfühlte wie Trip-Hop. Ne, ich dachte, gut, das ist eigentlich, haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht, wir hatten nur den Namen nicht. Weißt du, das wurde dann halt so weiterentwickelt und ins Extrem getrieben und so, aber, ähm, was das ist, wie sich das anfühlt, ist so nah bei dem, was ich immer feier. Autotune, Feind? Ach, Quatsch. Ähm, also, Autotune, das Offensichtliche, also gestern fragte in einem Interview jemand, warum nutzen die alle Autotune? Bruder, weil es jemanden, der eigentlich nicht singen kann, in die Lage versetzt, mit seinem Gesang dein Herz zu erreichen, das ist doch was Geiles, das ist, wie kann man das haten? Man kann jetzt sagen, okay, pass auf, du bist halt nicht Whitney Houston und nicht Xavier Naidoo. Pass auf, ich weiß selbst, dass ich nicht Xavier Naidoo bin. Dafür hab ich dich jetzt nicht gebraucht. Ähm, weil ich's bin, nicht bin, und, aber dennoch, was habe, das ich entäußern möchte, ne, nutze ich die Mittel, die ich halt jetzt habe, die mir helfen, das Geiler ist doch. Es ist ein Instrument, finde ich, ja, also, ne, das, ich verstehe, wenn Leute sagen, guck mal, ich kann das alles schon nicht mehr auseinanderhalten, weil alle irgendwie sehr ähnlich klingen, ne, das ist natürlich, wie immer, wenn was entdeckt wurde, geil ist, ne, dann benutzt wurde, dann wieder abgeflaut ist, das erlebt ja jetzt so eine dritte Renaissance, Autotune, wenn man so will, dass es halt exzessiv benutzt wird, ne, und man dann sagt, okay, pass auf, eben langs jetzt wieder, dann muss halt irgendjemand sagen, du, okay, ich muss halt was anderes finden, aber das ist halt ein so krasser Eingriff, etwas, das, wie gesagt, nicht befähigt, was zu machen, was ich eigentlich nicht kann, find mal einen Ersatz für Ruin, weißt du, aus der aktuellen Generation, wer wäre der Frankfurter Rapper, den Moses Pelham nennen würde jetzt, wenn du nur einen Namen hättest, geht sowas, wo du sagst, von jungen Leuten, Kredibil, Kredibil, das ist dein Ding, du warst ja auch schon immer sehr inhaltsorientiert auch, was den Rapp jetzt angeht, also du kennst Kredibil offenbar, wenn du das jetzt sagst, ja, also Kredibil steht jetzt nicht für Gucci-Uhren und Bitches, weißt du so, Gucci-Uhren, gibt's Gucci-Uhren, ich meinte eigentlich Gucci-Klamotten, aber es ist ja auch scheißegal, aber gibt's bestimmt auch irgendwo, es gibt Gucci-Uhren, Gucci-Uhren gibt's ganz viele, nee, das macht Sinn auf jeden Fall, so Frankfurt hatte schon immer so den inhaltlichen Faktor auch so, also auch die Leute, die ich am Anfang genannt habe, Azat, Thorn, auch Rödelheim, Moses, das ist schon auf jeden Fall schon immer so inhaltsorientiert gewesen, deswegen passt das schon auf jeden Fall. Ich mag auch richtig die neue Generation und ich finde auch oft, was mich mehr abschreckt, sind gar nicht mehr so die Melodien oder die Stilmittel, sondern halt die Texte, dass ich oft finde, halt ist zu flach, das ist nicht mehr so, hat nicht die Power, aber das ist auch voll blöd, es gibt solche und solche, das gab's bei meiner Generation, das hat man immer. Hast du Hiob gehört von Credibil? Den Song? Nee, ich kenne nicht viele Songs von ihm, aber ich werde das machen jetzt, im Anschluss. Hiob. Hiob. Also den Song auf jeden Fall abchecken, dann kennt ihr Moses Pellams Geschmack. Ich denke mal, das kann man jetzt gerade sagen, so Credibil Hiob. Moses, ich weiß, du bist Vollzeit-Hustler, du bist immer Action, das ist normal, ich kenne meinen Terminkalender, ich kenne B's Terminkalender, und deiner ist bestimmt hundertmal schlimmer und ich frage dich aber jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren nochmal, jetzt muss ich mir zum ersten Mal schneiden, weil ich wollte was voll Wichtiges fragen. Marina, kannst du mir sagen, wo wir in Berlin spielen? Nee. Wir hätten jetzt auch gerade so ein bisschen durch, merkst du vielleicht, ich versuche jetzt so schnell zu besuchen. Easy, easy, easy. Hab Faden verloren, zum ersten Mal ganz selten, hab ich zum ersten Mal cut, hab mein Faden verloren. Kann passieren. Du bist ja auch vor deinem Idol gerade. Starstruck. Nein, ich wollte was sagen, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's, jetzt ist er, jetzt ist er drin. Ja, Anlauf statt Gleitcreme. Nee, pass auf, ich wollte sagen, hör bitte, du kannst dir, ich hab dir vor meinem 100%-Album erzählt gehabt, damals ist es jetzt fertig, gibt's ein paar Videos, auch sehr stark, muss ich sagen, will ich sagen, fühl ich, aber Onkel B und ich haben eine EP gemacht, New Jack, die will ich dir nur sagen, weil du die Zeit noch kennst, hier New Jack Elemente halt, 90er Jahre, B Teddy Riley heißt der, ne? Ja, New Jack Swing ist jetzt nicht jedermanns Sache, aus dem Hip-Hop, es wurde sogar von den Hip-Hopern damals krass gehatet, weil es eher so R'n'B mäßig war, aber, ey, ich hab den Scheiß geliebt. Ja. Und ich hab gesagt, wir bringen New Jack Swing wieder zurück. Bitte hör das Große Amore. Für unsere Leute ist so, wir nehmen jetzt New Jack Swing, bringen es ins Jahr 2019, verbinden es einfach mit modernen Elementen und danach ballern wir das, worauf wir immer Bock haben, so raus. Und das ist halt die New Jack EP geworden. Okay, ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Bitte, bitte einmalig. Aber ich sag ehrlich, New Jack Swing war wirklich auch gar nichts für mich. Das überrascht mich gar nicht. Die Hip-Hop haben voll oft New Jack Swing abgelehnt. Ich war R'n'B DJ, weißt du so? Ich hab Bobby Brown aufgelegt die ganze Zeit und mochte Damien Dame und so einen Scheiß, weißt du, Keith Sweat und der ganze Kram. Also ich war nicht nur Hip-Hop, ich war auch sehr stark R'n'B. Das war richtig geil, Alter, weißt du so? Ja, ich hab, es gibt so eine Art, ich weiß gar nicht, ob R'n'B das richtige Wort ist, weil R'n'B für mich fair belegt ist, aber von mir aus eine Form von R'n'B, Soulgesang wäre mir lieber, auf Hip-Hop-Beats, das fing pretty much an, also natürlich mit Bootlegs, aber so richtig populär wurde das, glaube ich, mit Mary J. Blige. Smith & Wesson, der Bootleg war? So Zeug. Nee, 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 das meine ich gar nicht. Also auch das Ding, dieses Isaac Hayes Klavier, was auch dann auf dem Mary J. Blige Album war, das war halt vorher einfach ein Bootleg in New York. Da hat ein Bruder drauf gesungen, der hat halt nicht so, der hat so von Herzen gesungen, aber halt nicht so gut, nirgends in der Nähe von Mary J. Blige. und so, aber dieses Ding, das habe ich sehr, sehr gefeiert. Der Song heißt I Love You, für die Leute, die mal gucken wollen. Voll. Und das, da war, also auch da wieder, wie ich vorhin schon sagte, war für mich auch eine Wiederbelebung der alten Art zu singen durch Hip-Hop. Auf Def Jam waren ja auch so viele, ich meine, Tashan, so Sachen, die einfach Hip-Hop inspiriert waren. Das war absolut Hip-Hop, oder? Das waren einfach Hip-Hop-Beats quasi, mit R'n'B-Vocals drauf. Ja. So. Das waren die schönen Anfang 90s, so glaube ich, da hat das so angefangen. Ah, so you and him walking in the rain. Aber das war das nicht, aber sowas meinen wir jetzt nicht. Ne, das meine ich aber auch, das war auch auf Def Jam übrigens. Ja, Orange Juice Jones, das war eher so Freestyle-Mokal, so Breakdance-Shit so. Ja, aber schon Hip-Hop-Musik eigentlich. Also Drum Machine und der Bruder singt jetzt halt. Aber man muss dazu sagen, diese Drum Machine-Geschichte und so weiter, die ist halt vor Hip-Hop auf jeden Fall. Also wir reden dann von elektronischem Scheiß, von Kraftwerk oder Jean-Michel Jarre und so, da hat man 808s und so schon alles gehört gehabt. Und auch diese ganzen Synthesizer, die Moogs und die Oberheims und so. Aber was heißt denn vor Hip-Hop? Vor Hip-Hop heißt halt 1975 bis 80, so, also da war halt Hip-Hop noch nicht so ganz so populär. Da haben die Leute angefangen erstmal synthetische Musik zu benutzen und die ersten Einflüsse waren ja dann auch Parlament und George Clinton und so weiter für Dr. Dre, die es dann später weitergetragen haben. Nee, aber das ist aber, nee, nee, aber das, ehrlich, so diese Idee, dass Hip-Hop auf Parlament-Zeug aufbaut, das ist ja halt, da fehlen halt 20 Jahre, ne? Weißt du, das ist halt so, ähm, 1980, ne, war, die Drum-Machine, ne? Also, da hat ja kein Mensch sich einen Sampler leisten können. Also, vielleicht gab's das zum Klavier schon, ich weiß es nicht, ne, aber niemand hatte das. Ähm, vielleicht CV Wonder, keine Ahnung. Da waren Drum-Machines, die Elemente, mit denen wir arbeiteten im Hip-Hop, ne? Auch wenn du die Dre-Sachen von Pan 80 anhörst, ne? Der hat ja da ganz straight up so 130er-Zeug gemacht, 140 BPM, so. Workplace Crew, ne? Ja, voll. Ja, klar. Oder House Calls und sowas, so Zeug. Ja, dieser Mist, ne? Das war schon, das hat, ich hab, nirgendwo wurde das so krass deutlich, wie als West Bam, ne, dieser plötzlich über Techno-DJ wurde. Der war halt vorher deutscher Meister vom DMC, ne? Im Hip-Hop-DJ. Ne? Also, ähm, wie gesagt, da hat noch keiner daran gedacht, irgendwas zu samplen, auch nicht irgendwie eine Parlamentplatte oder so, da war unsere Musik bestimmt von Drum Machines und dergleichen, ne? Ich denk mal, solche Bands wie SOS-Band und so weiter waren auch so ein großer Einfluss, aber die ganze 80s-Funk-Ära hatte sehr, sehr oft diese Drum Machines dritte, die haben's nur in einem anderen Kontext verbaut, so. Aber die Anfangszeiten von Hip-Hop, die haben sich ja dann eher so an den Sachen orientiert und gesampelt, die ja handmade waren. Also, die haben ja öfter so Samples genommen von so Band-Sachen und so weiter oder Drum Loops von irgendwelchen Songs wie Soul, Funk und R'n'B. Ne, das war wirklich, das ist einfach später. Wie, was? Das sind nicht die ersten Hip-Hop-Sachen. Die, die, also wie gesagt, als das anfing, gab's die Möglichkeit nicht, was zu samplen. Das ist ein Phänomen Ende der 80er, dass du halt einen Sampler kaufen konntest. Ne, ich mein damals wirklich die DJ-Zeit. Also, wo Cool Hurks und so angefangen haben, jetzt irgendwie so irgendwelche Sachen zusammen zu mixen. Ah, Sugarhead, Breakbeats, alles klar. Sugarhill Gang damals mit Rappers Delight, das war ja auch ein Nile Rodgers Sample. Schick, good times. Genau. Und das hat man dann so immer so die Drum Breaks ineinander gecuttet und dann kam dann der MC und dann blalalala. Da haben sie eher so diese Handmade-Sachen gesucht, diese Band-Productions. Und die sind auch geil. Ich mein, Nile Rodgers, Alter, ich mein, wer kann das nicht respektieren? Das ist ja unfassbar. Von was sprechen wir? Ende 70er, Anfang 80er? Naja, same difference. Also, keine Ahnung, war Rappers Delight jetzt 79 oder 80. Ja, frage ich, ich erzähle mal, Frau, ob ich da noch in den Eiern, wo mein Vater war, schon auf der Welt, war vor 79, war? 79, 80, So what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Hey, 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 don't stop. Yes, baby. Wo wir hier beim Klug scheißen sind. Wieso heißen denn B-Boys eigentlich B-Boys? MC Boogie, bitteschön. Hm? Weil sie alle aus Berlin kamen, sagt er so jetzt. Die waren alle B-Boys. Also, B-Boys weiß ich, die nennt man die Jungs, die ticken, aber B-Boys halt, ich bin aufgewachsen, alle sind, B-Boys sind Writer, Beatboxer, also die fünf Elemente, alle, die in den fünf Elementen sind, sind B-Boys und B-Girls. Das hab ich sowieso nie verstanden. Graffiti, Breakdance, Gretchen, Rappen und Sprühen. Sprühen ist Graffiti. Das hab ich so nie, einfach, B-Boys waren für mich immer Breaker. Immer Breaker, Ja, für mich auch. Und warum heißen die Breaker? Breakboys, oder? Breakboys? Keine Ahnung, sag du's mir. Ey, pass auf, ich, ne, gefährliche Zeitwissen. Ich hab das in, das war's, die Evolution of Hip-Hop, hab ich das gehört, ne, dass es die B-Boys, also die Breakboys sind, weil die, wenn der DJ diese Breaks gespielt hat, rausgekommen sind und angefangen haben zu tanzen. Ah, okay, das macht Sinn. Ey, mein Haze ist so hart, ich hab grad die Elemente vergessen. Beatbox, Graffiti, auflegen, rappen, vier Elemente. Und das fünfte Hip-Hop-Element ist Bon rauchen. Baby, baby. Yes, baby. Yes. Yes, baby. Ghetto Stefan Raab, hast du gesagt. Ja, ja, ja. Ich hab mir das von ihm so ein bisschen abgeguckt, ja. Und es wird noch erweitert. Was war eigentlich los, Moses? Was denn? Okay, letztes Mal haben wir's mal gegründet, Raab hatte dich provoziert damals, ne? Oh. Warte, baby. Jetzt kommt die Story wieder, hast du bestimmt noch nie erzählt. Die Stefan Raab Story. Ey, die ist so lange her. Weil ich einfach dich so angenehm erlebe und ich denke mir, es ist viel bei mir, dass es wirklich meistens oder eigentlich 100% von dem Verhalten des Gegenübers abhängig ist, oder? Ja, natürlich. Super, Bruder. Auf die eigene Schulter klopfen. Es liegt 100% an dem anderen, nicht an mir. Deswegen nehme ich, außer wenn ich LSD nehme. Nee, aber dass ich jetzt nicht irgendwie Stress will oder so, ist doch klar. Das war einfach eine extreme Situation und klarer Fall von Selbstverteidigung, würde ich sagen. War ja sehr verbal ausgefallen geworden, ne? Klarer Fall von Selbstverteidigung? Echt jetzt? Ja, klar. Geil. Stefan Raab hat dich angegriffen. Das ist doch nicht normal. Natürlich. Ein krasser Typ, Alter. Okay, Stefan Raab, ich hab noch mehr Respekt jetzt vor dir als vorher. Du hast Moses B. angegriffen, Bruder? Das ist ja brutal, Alter. Selbstmordkommando. Nee, ich dachte wirklich, das war jetzt ein Witz, aber ich nimm das jetzt einfach mal so auf. Ich weiß nicht, was es war. Ich merkte zum ersten Mal, dass P. keinen Bock hat, drüber zu reden. Deswegen lassen wir den King einfach nicht drüber reden. Kann man nur eine Sache fragen zu dieser ganzen Stefan-Rab-Sache? Seid ihr irgendwann mal miteinander grün geworden? Oder war das das Anfang und das Ende? Das war eigentlich der Anfang, aber es war das Ende. Der Anfang vom Ende, wollt ihr sagen. Ich hab mich jetzt verhaspelt. Ich kenn ja die Story, also was vorher passiert ist, aber ihr seid nie danach mal irgendwie an den Tisch oder aneinander vorbeigelaufen, ey, scheiß drauf und Vergangenheit und nichts. Nee. Krass, okay. Du wurdest lang gesperrt, ne? Ein Jahr oder zwei Jahre, deine Produkte, ne? Ach, Quatsch, nee. Nee, das war eine Mythe, ja? Nee, so ein, ey, darf es ein paar Wochen gewesen sein, so, weißt du? Ist auch logisch, ne? Wenn es auf der Kippe ist, kann es sein, dass dann im Nachhinein noch die Entscheidung eher gegen mich fiel oder sowas, aber... Schwamm drüber. Toll. Wirklich? Es war wirklich schon sehr, 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 sehr lange her. Jaja, aber trotzdem ist die Sache natürlich auch immer noch würzig, weil wir sind ja hier in Fitna City, wie Boogie das immer sagt, hier zählt eigentlich nur der Beef und der Gossip. Scheiße. Ja. Und dass wir uns hier hinsetzen und über die 80er und 90er so ein bisschen rumdebattieren, was da für Drummachines und so interessiert haben, das interessiert ja wohl keine Sau. Jeder will einfach nur wissen, wen hast du gehauen, mit denen hast du Stress gehabt. So, das ist eigentlich das Einzige, worum es geht, halt. Willkommen bei Rap Update. Das klickt jetzt hier 50.000 Klicks. Weißt du, was eine Million bekommen? Ey, weißt du was? Moses P. Belas und ich, wir machen Langwitz und Berlin und Rödelheim zu, wenn wir wollen. Rödelheimverbot, Berlinverbot, für dich, dich und dich. Ja. Deswegen. Wir übernehmen, wir sind die Nächsten. Ja. Finden wir das nicht alle ein bisschen würzig? So, wenn wir ganz ehrlich sind. Der Schulhof hat drüber geredet. Ey, ne, pass auf. Das, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das Problem fängt halt damit an, dass wir eher dahin gucken, wenn es Komplikationen gibt. Das glorifizieren, uns darüber lustig machen, machen, tun, bla, bla, bla. Wenn wir das machen, wird das in unser Leben Einzug halten. Und es gibt keinen Weg, dass du in den Abgrund guckst, ohne dass der Abgrund in dich guckt. Das ist ganz einfach. Willst du Psychologe werden? Nee, ich weiß, das ist jetzt so voll unpopulär, bla, bla, bla. Aber das ist der Deivel, ehrlich. Ey, das war so meistermäßig gesagt, Bruder, kein Süßholzraspeln. Das war sehr, sehr krass schön gesagt. Darf ich das als Kind für mein Album nehmen? Mach, mach. Also, wenn man auch immer, wenn man einen Muschi leckt und dann mal so tief in den Muschi guckt, wird man irgendwann einen Muschi. Alter, Dicke, Alter. Wenn du schon anfängst, wohin führt das auch noch weiter, Dicke? Was ist das schon wieder, Alter? Lankwitz in this Motherfucker, oder was? Yes, baby. Okay, zeig mal. Wo kommen wir da hin? Wenn du die Muschi leckst, ja, weiter bitte. Ja, weil guck die ganze Zeit rein. Warte mal, tschüss, Monetarisierung erst mal. Moses sagte, wenn du die ganze Zeit in den Abgrund guckst, wirst du in den Abgrund fallen. Also, wenn du... Guckt der Abgrund in dich. Ja, Bruder, Alter. Das heißt, die Muschi guckt dich an. Das ist jetzt so das Ding gewesen. Das war deine Parabel drauf. Bruder. Respekt an Lankwitz. Es hat MC Boogie produziert. Baby, baby, Alter. Das hat mir so gut gefallen, Tschüss-Monetarisierung. Das war super. Leider heißt es sehr oft Tschüss-Monetarisierung. Ich will nicht sagen, wegen wem. Übrigens, das können wir auch rausstellen, wenn ich es will, da hättest du übrigens die Frau, die hat das zu verdanken, die hätte nämlich die Idee vor drei Jahren, dass ich Moderator wäre. Yes. Also, alles übel kommt von Frauen, auch MC Boogie. Ihr wisst Bescheid. Hallo, Marina. Geil. Respekt. Respekt. Mac Boogie. Ein Monster, die Scheiß-Bull-Nämpfer Mac Boogie. Ich will einfach ganz normal merken. Irgendwann wird irgendjemand, wir werden an der Platte arbeiten und dann sagt einer irgendwas, wo ich weiß, pass auf, das kommt nicht durch. Dann sage ich, okay, Tschüss-Monetarisierung. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So ist das halt. Na, Moses P., es war doch eine unglaubliche Freude, dich hier an unserem Ehrentisch begrüßen zu dürfen, haben können. Und kannst du uns noch ganz kurz mal sagen, worauf sich die Leute hier gerade gefasst machen können und worauf sie sich freuen können? Nächste Woche bist du auf jeden Fall hier, also quasi diese Woche, jetzt wird es ausgestrahlt wird, in Berlin, in Kreuzberg auch noch. Warte, warte, Kreuzberg. Auf der Bühne, im Festsaal Kreuzberg. Gibt es irgendwelche Projekte, auf die sich die Fans freuen können? Nee, ich bin im Moment wirklich mit Platte und die Platte auf die Bühne bringen beschäftigt. Das ist alles, was ich mache gerade. Ende des Jahres wird, oder eben, viertel Viertel des Jahres, wird, wenn Gott will, noch ein Buch kommen. Ein Buch? Ja, nach meiner Rechenart sind wir im 30. Jahr 3P gerade. Weil ich 1990 irgendwie meinte, ich müsste ein Schild an meiner Tür hängen, auf dem Pal-and-Power-Productischen, stand. Und zum Anlass dessen habe ich vor drei Jahren schon angefangen, mich mit einem Bruder zusammenzusetzen und einfach halt so, das, was so mir in diesen 30 Jahren so alles wieder fuhr, festzuhalten. Geil, Baby. Dafür lerne ich lesen. Dafür lerne ich lesen. Yes. Das erste Buch, was in Langwitz gelesen wurde, seit der Bibel, habe ich gehört. Das Moses Pellern-Buch. Ich war letztens auf dem Savi-Naito-Konzert hier in der Mercedes-Benz-Arena. Der Bruder hat auch so seine ganze Karriere gespielt, nicht nur das neue Zeug. Es war einfach richtig geil. Also so, weißt du, wenn du so diesen ganzen Kram komprimiert hast, ist es mir viel, viel lieber, als wenn man immer nur so die neue Platte spielt und so und kann man sowas ähnliches eigentlich auch von dir erwarten? Ich habe gerade, wie du das sagtest, dachte ich, ja, krass für jemanden, der einfach jetzt eine Setlist hat, wo einfach straight up das ganze neue Album einfach erstmal drin ist. Das ist bei dir jetzt gerade, Okay, hau mal. Aber ey, pass auf, es gibt so ein paar Stücke, die ich natürlich, also mit dem einen Album kann ich natürlich keine Show bestreiten. Aber es ist wirklich, klar wird es Klassiker geben und so, aber für mich ist der Mittelpunkt dieser Show tatsächlich, dass ich mein neues Album zeigen will. Klar, du hast auch was Neues am Start. Ich feiere. Ist auch geil, aber es wäre trotzdem mal geil, wenn Moses P. vielleicht mal eine Tour macht, wo er so richtig so alles reinschmettert. So zwei, drei von den Neuen, aber auch alles, was man kennt so, weißt du so? So genau so, wie Xavier gemacht hat. Ich saß da drin und dachte mir, Hammer. Und ich bin da durch die Gegend gelaufen, in der Mercedes-Benz Arena und habe ganz viele Glückwunscher deutsche Muttis und Vatis gesehen. Also das waren alles so ganz, ganz so feine, deutsche, nette Leute. Die haben alle mitgesungen und überall hast du dich da gesehen und so. Und dann habe ich gehört, dass er mit dem Auftritt, aber mit dem aktuellen Kram in der Zitadelle spielt. Also wo es dann nicht alle Hits sind, sondern der aktuelle Kram, was natürlich sehr viel kleiner ist. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass Leute mit so einer reichhaltigen Historie, wie bei dir es der Fall ist, genauso auch auf jeden Fall auch mal so einmal so alles so best-of-mäßig rattern könnten. Da wäre wahrscheinlich die Hütte voll, die würde brennen auf jeden Fall. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Brennt den Club ab. Und mir war egal, was der Wettermann sagt, denn ich war mit P und B und es war ein guter Tag, Baby. Yes. Das war der Oddcast, Baby. Vielen Dank an Moses Bellem, Jack Zenstock. Herzlichen Dank fürs Thema. Danke alle, die uns unten halten. Ihr macht uns doch stärker. Moses P, Belasch, MC Boogie, der Oddcast, Besplins Finest, Rödelheim, Baby, Baby. Und nochmal liebe Grüße an die Monetarisierung. Yes. Adieu. Und das hier ist schon die Radioversion. Und... ... ... ... Untertitelung. BR 2018